Hallo zusammen, ich bin der Cheap und ich präsentiere euch heute hier beim Gamelan den Monatsrückblick November 15. Doch bevor ich euch den Trailer überlasse, möchte ich noch kurz den Gewinner des Assassin's Creed Syndicate Gewinnspiels bekannt geben. Das ist nämlich der Celum. Du wurdest bereits benachrichtigt, also guck mal in deine Nachrichten rein, denn da wartet schon ein Assassin's Creed Syndicate Key auf dich. Wunderbar! Und nochmal vielen Dank allen anderen, die nicht gewonnen haben. Seid nicht traurig, ihr bekommt bestimmt bald noch mehr Chancen dazu. Außerdem gibt es hier beim Gamelan jetzt zum Ende November nochmal zwei Rabattaktionen, in denen ihr nochmal auf aktuelle Top-Titel sparen könnt. Zum ersten wären da die November-Deals. Ihr könnt euch nämlich ganz einfach 5% Rabatt auf aktuelle Spiele sichern und das geht ganz einfach. Ich erkläre euch das mal kurz. Ihr geht einfach auf die in der Videobeschreibung gelinkte Facebook-Seite, tragt unten eure E-Mail-Adresse ein und bekommt dann sofort einen 5% Rabattgutschein zugesandt, den ihr auf die meisten Spiele anwenden könnt. Zudem habt ihr dann noch die Chance, einen 10% Rabattgutschein zu gewinnen. Das wird dann gleichzeitig erfolgen und ihr werdet sofort benachrichtigt, wenn ihr gewonnen habt. Zum zweiten bekommt ihr nochmal 20% Rabatt auf Tom Clancy's Rainbow Six, indem ihr die Methode barzahlen.de auswählt, die ich ja jetzt bereits schon in einen Videos erklärt habe, aber das Ganze ist nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. So, aber genug von den ganzen Rabattaktionen. Ich überlasse euch jetzt den Trailern der Top-Titel, die im November 2015 erschienen sind. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020